Gesen, Hören, Wortschatz. Bild 2 Prüfung Guten Tag. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Guten Tag. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Guten Tag. Mein Name ist Lena. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Spanien. Derzeit wohne ich in Köln und arbeite in Werbebüro. Guten Tag. Mein Name ist Lena. Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Spanien. Derzeit wohne ich in Köln und arbeite in Werbebüro. Heute sprechen wir über das Thema Reisen. Reisen Sie gerne? Heute sprechen wir über das Thema Reisen. Reisen Sie gerne? Ja, ich reise sehr gerne. Es ist eine großartige Möglichkeit, neue Kulturen und Menschen kennenzulernen. Ich versuche jedes Jahr mindestens einmal zu reisen. Wohin sind Sie zuletzt gereist? Wohin sind Sie zuletzt gereist? Letztes Jahr war ich in Spanien, in Barcelona. Es war eine wunderbare Reise, besonders wegen der Architektur und des Essens. Letztes Jahr war ich in Spanien, in Barcelona. Es war eine wunderbare Reise, besonders wegen der Architektur und des Essens. Was sind die Vor- und Nachteile des Reisens? Was sind die Vor- und Nachteile des Reisens? Die Vorteile des Reisens sind, dass man seinen Horizont erweitert und neue Erfahrungen sammelt. Allerdings kann das Reisen auch teuer und anstrengend sein, besonders bei langen Reisen. Denken Sie, dass Reisen in der Zukunft einfacher oder schwieriger wird? Denken Sie, dass Reisen in der Zukunft einfacher oder schwieriger wird? Ich denke, dass Reisen in der Zukunft einfacher wird, dank neuer Technologien und besserer Transportmöglichkeiten. Allerdings könnten Umweltprobleme und politische Spannungen auch das Reisen erschweren. Hier ist ein Bild. Beschreiben Sie bitte, was Sie sehen? Hier ist ein Bild. Beschreiben Sie bitte, was Sie sehen? Auf dem Bild sehe ich einen Strand mit vielen Menschen. Einige liegen in der Sonne, andere schwimmen im Meer. Im Hintergrund gibt es ein paar Palmen und einen blauen Himmel. Es sieht aus wie ein schöner Sommertag. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für das Gespräch. Haben Sie noch Fragen? Nein, ich habe keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Nein, ich habe keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Dann sind wir fertig. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.